So sieht ein Sieger aus und so sehen die Schuhe aus, mit denen Ilkay Gönouan den BVB zum Sieg führen will. Und so könnte das Traumtor zum Viertelfinale aussehen. Ganz einfach vielleicht, dass ich einen Ball von Mats Hummels aus der Innenverteidigung ins Millfeld kriege, ich mich mit einer schnellen Drehbewegung vor meinem Gegenspieler löse und dann den nach vorne startenden Marco Reus in die Gasse anspiele und der dann eiskalt das Ding verwandt. Das würde mir reichen. Eine klare Kampfansage für das Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin. Und damit dies auch alle wissen, lässt sich Ilkay einen ganz besonderen Spruch auf seinen Schuhlasern. Mittwoch ist ein enorm brutales Spiel für uns und ich will definitiv gewinnen und ich will eine Runde weiterkommen. Und ich glaube, dass das deswegen am besten zu mir und zu meinem Schuh passt. Das Ganze am anderen Fuß auch noch auf Italienisch, damit auch die Turin-Fans Bescheid wissen. Und wer es dann noch immer nicht verstehen will, dass nur der BVB weiterkommt, der bekommt es eben mit Emojis gesagt. Zum einen natürlich, dass wir stark sein wollen, dass wir gewinnen wollen, Victory, dass dann am Ende alles klar ist. Ilkay Günoan ist sich sicher. Er ist mit dem BVB der Sieger und kommt weiter.